Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Scheiße. Puh. Das geht doch nicht! Du hohle Birne! Ich war's nicht. Tut mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen! Ja, das find ich nicht gut, also... Ich find das nicht gut, aber das find ich nicht gut. Gleich eins auf's Maul. Aber was hier? Sag mal. Ein anderes Wort für gut. Schlecht. Richtig. Super, ja! Ich mach mir in die Hosen. Ich sag raus, aber schnell! Ich hätte gern den Hintern von Jennifer Lopez. Ey, hast du einen geilen Arsch! Du fängst an zu onlineieren? Nee, hab ich nicht! Jetzt ist's aus, ich kann nicht mehr. So ein bisschen Vögel muss schon drin sein. Auf jeden Fall! Ich hab das noch nie erlebt! Wenn nämlich die Blumen nicht befruchtet werden, dann können sie sich auch nicht verwehren. Und wenn sie alle Insekten wegjagen, dann kann der Blütenstaub nicht von einer Blume zur anderen gebracht werden. Jawohl! So! Und nicht anders! Wie geht die Boss ab jetzt? Ich träg' nen Sekt vielleicht! Definitiv nein! Äh! 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 Ich will jetzt Nationaltrainer werden! Äh! Oder äh! 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 da stehe ich mit da der prinz weil die sich drinnen ausziehen müssen das heißt sie müssen hosen anprobieren und deshalb weil deswegen der frauen und männer zusammen hier bei der bundeswehr hätten sich nicht gegenseitig aussehen dürfen wegen der ganzen männlich weiblich die ganze geschichte die damit zusammenhängt das soll ja nicht in der sexualität und diese geschichten